So, Freunde, wir merken schon, das Ganze nimmt hier auf Fahrt auf. Wir machen mal eine kleine Frage, ob ihr nach diesem langen Abend noch auch immer fähig wart. Wann ist die große Freiburgs-Nacht in der Ballsport-Arena? Und das ist eben Dresden, das ist der Sitz. Einmal gesagt, ist es am 9? Am 9. Es war eine Fangfrage. Es war eine Fangfrage, es ist am 9. Also wenn ihr am 10. kommt, ist es vorbei. Sie wusste es. Wir haben euch ein extra Mutti-Zentrum gegeben, da steht es auch noch mal drauf. Also sie wusste es, es ist am 9. November. Also wir müssen alles revidieren, am 9. November, große Freiburgs-Nacht in der Ballsport-Arena. Jetzt wollen wir nochmal gucken, wie es aussieht, wer von euch Lust hat zu tanzen, wer hat Lust zu tanzen? Also wenn wir tanzen wollen, spielen wir was aus Johnny-Dancing. Komm, wir spielen was aus Johnny-Dancing. Wir spielen mal Do You Love Me? You broke my heart Cause I couldn't dance You didn't even walk me around But now I'm back To let you know That I can really shake him down Please! You love me I can really do You love me I can really do You love me Do you love me? Now that I am Yeah Yeah Watch me now Look, look look, 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 look Baby Oh you gotta be crazy Das war's für heute. Musik 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 Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me now? Freunde! Vorseiten! Ihr seid zu leise! Macht alles in Frage! Geht up!